Zum ersten Mal bemerkte ich, dass er schiefe Augen hatte. Meine Reden missfielen ihm offenbar und ich ihm auch. Als letzter aus dem Röntgenstall erschien Boleros. Er war klein, lebhaft und hatte flinke Augen wie ein hungriger Iltis. Alle ringsum erzählten von ihren Fällen und wie interessant sie wären. Ich quetschte gerade meine letzte Kartoffel mit der Soße zusammen, als hinter mir wieder die Tür aufging. Für einen Augenblick erlarmte das Geklapper der Bestecke. Ein paar hoben den Blick und ein paar ließen ihn auf dem Teller. Ich schiete zur Seite. Oberarzt Steimle von der Chirurgie kam. Er nickte nur kurz und setzte sich abseits an einen einzelnen Tisch. Ich hatte das Gefühl, dass die Mehrzahl der Anwesenden diesen Mann hasste. Warum wohl? Immerhin, Mittagessen musste er auch. Das tröstete mich. Ich wischte mit dem Mund, lächelte in die Runde, stand auf und verdrückte mich. Im Fahrstuhl versuchte ich, mich auf meine neue Assistentin zu konzentrieren. Ruschke hatte sie ein steiles Kind genannt und meine Herren Kollegen bekamen enge Augen, wenn von ihr die Rede war. Das tröstete mich. Das tröstete mich. Vielen Dank.